ja die juli leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge der gleiche zusammen mit markus ja das missgeschick aus der letzten folge wurde nur noch nicht gemacht ich habe mein inventar wieder so zurückgesetzt wie es sein sollte und dann machen wir an der Stelle mal weiter mit unserer netten kraft der reihe anrunden sein in der die blaze rott hat glaube ich jetzt wurde besorgt alles die haben wir in der hatten wir auch ein paar glaube ich ja es wird gut auf die die er keine wolle oder so ja ich wollte ja wie heißt diese lounger und ich komme jetzt so ein scheiß lounger ding ich suche wolle sucht schaffe ja aber mit einer schere bitte und tötze nicht jawohl habe ich auch wieder welchen in die kiste getan ich habe das in den ofen geschmissen oder in den trichter besser gesagt habe ich irgendwelches da ist noch marbel markus wenn du marbel brauchst weiß ich es euch in den ofen muss man sich nicht in den ofen muss man sich in den ofen muss man sich in den ofen muss man sich in der mädte Was brauchst du? Getreide, glaube ich was. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Meine Getreidefarm wird jetzt auch größer gemacht, ein bisschen noch. Dann könnt ihr euch auch Brot snacken, wenn ihr Brot braucht. Ich hab Fleisch. Na ja, alles nur von mir. Ja und? Wie viel Wolle brauchen wir denn? An dem Foto ist halt viel dran. Äh, zwei Stück für die Tanks. Ich hab was, ich hab was mit mir machen, was besser ist als Wolle, das Farmen. Äh, umcraften von Spinnendingern? Genau, wir haben so viele. Ich hab einen. Ich hab 26 jetzt grad nur mal so gefunden, gespinnt. Oh, Spiller! Ja, dann haben wir gleich noch mehr. Ja, da sind wieder welche. Fugger hat wieder welche getroppt. Aua! Ja, Knüppel weg, ey! Wenn, bist du? Wenn, bist du? Ja, mein Schlag kommt vor wie Kopf, ey. Wir legen jetzt in den Keller. Geh mal in den Keller runter. Oh, hier liegt leider der Dirt. Guck mal noch mehr Dirt. Mach mal die Türen weg, Futur. Nö, mach ich selber weg. Brauchen wir jetzt noch was an Dinger? Ne, oder? Warte mal, ich teste mal, ob wir schon unser Ender Tank bauen können, ich hoffe. Ich weiß jetzt aber auch nicht sicher. Da ist noch ein Enderman. Jo, zwei Stück gebaut. Zwei Ender Tanks. Come on, snack that bitch. Ich hab zwei Ender Tanks. Na, bin ich cool. Ja, bin ich cool. Komm her, komm Bubi, komm zu Papa. Ja, komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Dann kriegst du auf die Fresse. Komm her. Wer? Der Enderman. Okay, ich möchte jetzt hier einen Screenshot machen ganz schön. Hier von unserem Ender Tank. Komm schon. Richtig schön ist der geworden. Oh, jetzt trau ich den schon wieder. Willst du mir in meinem Feiten zugucken? Wo bist du denn? Hier oben, rechts. Was für ein Ender Tank? Und da. Ah, scheiße. Ich stehe nicht oben, rechts. Hinterm Haus, hinterm Haus. Ja, warum sagst du oben, rechts und hinterm Haus? Ah ja, ich seh dich. Oh, kommt immer drauf an, wo du... Aber unter dir ist ein Creeper. Oh oh. Der ist mir auch sehr unfreundlich. Wenn der sich nämlich sprengt, bin ich am Arsch. Der ist ein Creeper. Ich hab ihn. Enderman. Den Creeper habe ich. Der ist der zweite Creeper. Jo, das war jetzt nicht so schlau, Futur. Dafür haben wir ja Jetpacks. Den Creeper auf mich zuschlagen, ist ganz dumm. Ich hab's ne Schaf. Oh mein Gott. Ich hab ne Kuh auch Futur. Ja, den Kuh ist es. Ja und das Schaf am besten auch. So, jetzt ist mir die Kühe. Mag das wir schon wieder irgendwo hinrennen? Ich renne weg. Ich würd sagen, im Keller machen wir das mit ner Energieversorgung jetzt für den Planeten hin, ne? Damit's nicht auffallt. Und die Rohre verlegt man dann in der Wende oder so. Ja stopp, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch ne Ender... ne Pumpe, ne? Ne Pumpe und ein Chunkloader. Die Pump braucht man Tank und ne Mining Well. Die Meinung wäre Iron, Iron Gear und Redstone. Jetzt bin ich schon wieder die ganze Folge wahrscheinlich am Craften. Ach. Du kannst mir ja helfen zum Bauen. Nein, ich muss ja Craften. Ja, ist so. Ich glaub's. So, ein... Ihr könnt von mir also auch die Nahrungsversorgung machen. Machst du schon. Machst du das so schön. So gern. Ein Iron Gear? Das ist vier Holz, das ist ein Holz Gear und dann vier Steine drumrum rum. Ich hab schon, Mensch, ich bin noch nicht behindert. Sagst du. Oh Mann, die Ex hat schon ein bisschen Schatten genommen. Markus, hast du grad alles frei? Mach mal bitte den Zaun oben auf. Ich bring grad Tiere mit. Wissen du. Warte. 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 Warte mal stehen. Ohne Ex. Ne Ex braucht er. Ex. Ah, die Kuh will nicht, also das Schaffel nicht mehr. Das ist doch ne Tür, du Spass. Ja, aber aufmachen, dass ich die alle drei Viecher gleichzeitig durchbringe. Die kriegst du ja ne Tür nicht, die macht das Tor weg. Ja, aber das Schwein kommt durch. Das ist egal, was heute ist. Ja, ne. Ihr doch. So, ich hab die vor Tod. Jetzt hab ich die Endertanks. Ich hab die Pump. Dann brauchen wir noch... Ja, naja. Die... Was war das? Geißer. Das sind wir verloren. Hier nimm doch mal einen. So. Hallo. Dann brauchen wir noch mehr. Hallo Kukke. Guck mal her. Hallo Kukke. Hallo Kukke. Herr Kukke. Ja, du hast es schafft, du hast es schafft. Sie reden mit den Tieren. Ich hab Angst. Komm. Jetzt... Komm schon. Komm, Scheißkuh. Komm, Scheißkuh. Komm rein, hier missgeboten. Jetzt hör'n raus. Ja, komm. Nein, wir brauchen nur eine Kuh noch hierhin. Ja. Den wollen aber nicht. Den wollen wir nicht. Den von Woodenpipes zum Kaktus-Screen. Mach mal den Sound größer. Hä, wo sind die ganzen Kackteen hin? Hä, wo sind die ganzen Kackteen hin? Wo sind die ganzen Kackteen hin? Das hab' ich gar nicht. Das hab' ich gar nicht. Kackteen. Mach zu, mach zu. Kackteen wand ist weg. Ich hab' ich mal die Wand. Kackten sie wieder alle drauf. Diese Wand aus. Kackteen ist weg. Mach mal die Wand. Wer hat meine Kackteen abgebaut? Ich. Warum? Ich war ja zum Gebau. Ah, da ist ein Kackteen. Die ist besser wie diese Scheiß. Kacktus fuck. Hallo. Boah. Die Wand. Ey, ich glaub' ich springe ab. Genau. 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 Ja, ich hab' ne Kuh. Mach zu, mach zu, mach zu. Wo denn? Das bringt nix. Ja, natürlich bringt das was. Muss ja zwei hoch sein, du. Ja, ich weiß. Ja, guck doch. Ja, ich weiß. Ey, was ist das? Schon bescheiden, ne? Ja, ja, ihr seid schon bescheiden. So, jetzt mach' mal zwei Kühe. Ja, super. Auch nichts anderes. Ja, wir brauchen noch das Schaf. Hallo. So, da wurden waterproof Heifer. Ja, hau' rein! Dann brauchen wir Cobblestone. Ja, die brauchen waterproof. Da würde ich sagen, nehmen wir aber die goldenen waterproof Heifer. Blöd, ne? Futter die goldenen waterproof Heifer, würde ich sagen, ne? Wenn wir Gold haben, natürlich. Jetzt machen wir die Zäune wieder hin. Ey, du hast doch alle. Nein! Ich hab 15. Aber ich hab's ja. Ja, mach mal die Dinge hin. Was ist denn das jetzt? Tür mal. Schieb die Kuh rein, schieb die Kuh rein. Herr Pai, muss den Block da wegmachen. Ja. Rein! Ja, mich war's nicht da. Ja, rein! Das ist so dumm, Alter! Jetzt bist du tot. Ich bin so blöd. Was? Mach das Ding zu jetzt. Mach's anders da. Ich sag's nicht, oder sie tot sind, Alter. Ich schieb sie, dann sind sie drin. Ey, ihr seid schon nicht behindert, ne? Ne, das ist wohl das behindert. Jetzt sind alle Tiere, ey! Okay. Okay, ich stell schon mal den einen Endertank bei uns in den Keller. Du weißt, wir müssen die Kuh ziehen. Ja, viel Spaß, oder? Da müssen wir sie rauspumpen. Das heißt, ich brauche noch eine Redstone-Pumpe. Du brauchst nur noch 4 Redstone-Pumpen, weil du brauchst im Neta 3. Das genügend nachkommt. Was? Ich brauche 3... Genau, 3 Stück. Drei Stück. Denkst du, ich krieg die vom Berg runter? Ja, vielleicht. Wenn du nicht tot ist. Ich probier's aus. Ja, vielleicht sind die Vorsicht. Ja, du bist so dumme. Die war ganz auf dem Berg oben drauf gesetzt. Was soll ich machen? So drei Stück hast du gesagt, ne? Vier. Vier Stück. Eine bei uns hüben, zwei drei im Neta. Was? Pumpen oder Engines? Die Engines? Die Engines? Im Neta brauchst du doch keine Engines. Die pumpen aber doch von selber raus. Nein, hauptsächlich. Du brauchst ja Strom für die Pumpe. Du brauchst ja Strom für die Pumpe. Das machst du mit Redstone-Engines. Ach so, du willst das so sehr, Alter. Du willst die mit Redstone-Engines betreiben und rauspumpen, willst du dann auch mit Redstone-Engines? Rauslauf von allein. Nein, ich mein' aus dem Ender-Town. Nein, ich mein' aus dem Ender-Town. Das verläuft, da brauchst du nicht rauspumpen. Ja, genau, bei unserer Seite aber. Ja, da reicht doch ein Redstone-Engine, oder? Genau, aber drei im Neta und eine bei uns hier hüben. Ja. Genau. Hätt' ja wieder Kacktusse hingemacht. Oh Mann, es laggt. Oh Loll! Na! Na! Da haben wir die Kacktusse wiedergekommen, Alter. Hä, wir einfach wiedergekommen. Nein, lass die da! Wir müssen welche anbauen und ich hab' fünf Stück dahin gesetzt. Du setzt die jetzt wieder dahin. Ey. Warum brauchst du fünf? Weil die wachsen sollen, weil ich grad' fast alle verbraucht hab. Ohm, schein' die scheiß Kuh. Für diese scheiß Waterproof Pipes. Ja, da brauchst du die. Alter, bis ich die scheiß Küh da habe. Folgenjahre muss man anfangen, hier unsere Kisten zu sortieren. Michael, siehst du scheiße rein. Ich baue hier gerade. Wie ich seh', so stehst du mir dagegen. Ich hab' grad' mein Metallstein genommen, Alter. Nein! Boah, da müssen wir noch zentrifugieren. Zentrifugieren? Ja, in der Zentrifuge. Nein, im Extractor, wir haben noch gar keine Zentrifuge. Okay. Ich dachte das Ding da war dezentrifugieren. Ja, ja, komm' rein. Komm' rein. Jawohl. Draußen. Wir haben zwei Kühe und ein Schaf. So, ich hab' mal die Waterproof Pipes jetzt. Jetzt seh' ich noch ein Schaf rein und dann haben wir alles genügend. So, Leute, ich würd' sagen, wir haben jetzt hier quasi fast alles fertig. Uns fehlt nur noch ein Redstone Engine für hier. Vier Stück, äh, ne, drei Stück für Neda. Deda. Und... Deda. Ansonsten, glaub' ich, haben wir tatsächlich alles, um schon mal die Lava hier in die Oberwelt zu bringen. In der nächsten Folge machen wir uns dann dran, das Ganze noch in Energie umzuwandeln. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Ciao.